So meine lieben Freunde, heute haben wir das Derby gegen Fredenbeck und jetzt würde ich mal einfach bei euch befragen, wie ihr das so fandet. Andrea, erzähl mal, wie fandst du es? Schön, schön, schön. Wie haben sie abgejagt und nach Hause geschickt, Toni? Oh, das letzte Mal. Oh, ja geil. Und Jana, was sagst du dazu? Also ich muss sagen, wir haben als Mannschaft gekämpft, wir haben es uns echt verdient. Erste Halbzeit zurückgelegen, rangekämpft und wir haben einfach alles gegeben und ich freue mich so und ich hoffe, wir holen die Meisterschaft dieses Jahr. Und Sina? Das erste Halbzeit war bitter, das zweite war okay, das würde ich sagen. Oh, und Lea? Ich kann da eigentlich gar nichts mehr zugefügen, weil die haben schon alles gewagt. Also wer super war, war auf jeden Fall Franzi. Franzi, Hut ab, von rechts außen, du, die geilste. Ja, Franzi, komm mal schnell her, mal ran her, komm mal her, hier ran. Franzi, was sagst du, ist eine gute Leistung heute? Ja, Glück, würde ich sagen, ne? Glück. Das war's, wir sind oberglücklich und wieder Platz eins, hoffe ich. Ja, sind wir und hau rein!